Ihr wollt wissen, was ich da jetzt unter die Decke packe? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Das haben wir heute vor. Hier ist mein Käffchen. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Seid ihr gut reingekommen? Ich hoffe ja. Ich hoffe keine Schicksale, keine schlimmen Sachen. Hoffentlich ist bei euch beim Böllern nichts passiert. Und ihr seid alle noch wohlauf. Bitte keine Diskussion über Böllern gut oder schlecht. Wie auch immer in die Kommentare. Das finde ich nicht so gut. Wenn ihr was kommentieren wollt, fände ich super. Macht das bitte. Auf dem Weg nach unten. Lasst ein Abo da. Fände ich auch gut. Wenn ihr es nicht schon habt. Aber wie gesagt, es ist keine Diskussion über die Böllerei. Ich habe nicht geböllert. Ich hätte nicht geböllert. Nur so. Egal. So, lassen wir das. Stimmung runter. Wir wollen uns um die Kollegen hier kümmern. Genau. Da war was. Eine Sache. Weil ich es sonst schon wieder vergesse. Hat ja lange genug gedauert. Menü öffnen. Ähm. Charly, du hattest irgendwann vor Wochen gefragt. Das ist übrigens die Kassette, die man für den Jungen ist. Unshowdown. Das ist der Soundtrack, den ich die ganze Zeit höre. Ja. Ähm. Hatte ich es jetzt mal geschrieben, aber... Jetzt haben wir es auch nochmal so abgehakt. So, äh... Das war... Wenn ich mich drauf setze, dann gehe ich mir die Richtung. Perfekt. Das heißt, ich muss... Den wegnehmen. Den wegnehmen. Ich hätte das gar nicht machen müssen mit dem... Weil ich kann den ja ab hier reinsetzen. Weil den ersten lassen wir ja weg. Weil wir brauchen hier... Tumi. Ich freue mich. Ähm. Quarzkristalle. Die haben wir da hinten unten irgendwo. Okay. Das heißt, die müssen wir hochbringen. Öff. Scheiß. Entschuldigung. Ähm. Das ist natürlich scheiße. Das ist eine Herausforderung. Wir machen mal. Nehmen. Okay. Jetzt. Natürlich. Hängt das... Aber du hängst genau einen daneben. Eventuell muss ich die Leitung nochmal ein bisschen nach... Ein bisschen anders verlegen. Bis die ein bisschen näher da rangeht. Das ist aber nicht so ein Problem. Weil... Gummi ist ja... Okay, Gummi habe ich gerade vollkommen falsch eingeschätzt. Gummi ist ja... Fucking esin. Okay. Das Eyeballing hat mal geklappt. Ähm... Ähm... Und das um... Oder nein. Ja. Ja, also die müssen wir umlegen. Ähm... Würde ausreichen, ne? Verlegen wir da hin. Du kommst weg. Du kommst weg. Du kommst weg. Und du kommst weg. timegut. Und du kommst weg. Und du kommst weg. Ja, sagst du. so viel fläche und platz wahnsinn so gleichzeitig machen wir das hier ganz einfach hier wird noch mal gespielt hat könnte klappen klappt er ist nicht perfekt 90 grad aber in dem fall mal heute ist okay oder um mir geht da ein gummi geht da rein fertig um die abgehakt bei den kollegen ich jetzt mal das geht auch direkt auf beide seiten dann bin ich habe ich direkt für alles richtig drin so was war das zweite ich brauche mir war das zweite ich brauche unter ich damit angefangen habe was gestern und kate begrenzer kate begrenzer habe ich doch in der etage hier drüber nämlich dort ist ja hier geht dadurch werdet hier wiederum verbraucht wie viel kate begrenzer laufen da durch gar nicht mehr so viel moment 20 für die Dinger. Okay, jetzt kommt die große Frage. Sprich, lasse ich die erst durchlaufen und nehme mir dann danach, was ich brauche oder nehme ich mir vorher, was ich brauche? Ich nehme mir herbecken, was ich brauche, was ich brauche, was ich brauche. Lass ich die wirklich so langsam laufen, weil ich brauche zwölf Stück. Es gehen hier zwölf runter und unten mache ich dann wieder mehr. Was mir jetzt gerade so überhaupt nicht gefällt, ist, dass ich da ein Loch habe und da ein Loch. Beide zeigen, dass das schon runtergeht. Das ist echt unpraktisch. Woher kommt dieses zweite Loch? Dieses zweite Loch kommt von da. Okay, also ich muss das erste nehmen von den beiden. Das erste nehmen von den beiden. Wir müssen jetzt erstmal hier hin. Dann mal. Nicht ärgern. Nicht zanken. So. So. Ähm. Hier hinsetzen. Da hin. Da geht's rein. Sehr gut. Da geht's rein. Nein. Und du. Okay. Zweite Teil angeschlossen. Jetzt fehlt die Eumelses. Achso, das waren die Signalisatoren. Okay, die sind dann beim nächsten Mal dran. Oder wenn wir hier gleich noch durch sind. So, ich muss mir jetzt nur was einfallen lassen. Wie kriege ich am sinnvollsten die Farzpistalle hier hin. Habe ich da noch irgendwo eine Möglichkeit, weil Okay, das habe ich alles so eingekannt, dass es von da kommt. Wir brauchen vier Teile. Die brauchen natürlich vier Teile. Ähm, wie habe ich das denn? Irgendwas kommt vor. Okay. Ahm. Also, wir haben da die Quarzpistalle. Gehen im Moment da rein und werden also akut gerade geschreddert. Ist zwar blöd gefragt, wenn ich hier hingehe. Diesen Twist hier, ignoriere. Äh, mir quasi den wegnehme. Ich brauche nur drei Teile. Den dorthin setze und da reinpacke. Auch wenn es sauber und ordentlich war und schön aussah, wäre halt megagut gewesen, wenn dann hier eine Zwischendung von oben runterkommt, aber macht halt keinen Sinn. So. Das heißt, ich habe jetzt irgendwo hier zwischen, da, habe ich den Kollegen. Wie sieht das aus? Das sieht relativ gut aus. Wenn ich das hier schön an dem dran vorbeilege, das machen wir jetzt noch. Hinter, genau, dahinter, so. Ah, dahinter war schlecht. Aber da ist gut. Wir packen uns jetzt den Schloss. So. Nein. So, wir laufen hier durch. Und hier schön dran vorbei. Wir sehen, den Spaß bis hier an die Kante. Hm. Das ist nicht die Kante. Egal. Wie sieht das aus. Er hält sich in Grenzen. Können wir es auch nicht so lassen. Eioioioi. Auf der Mittellinie bleiben. Was ich gerade nicht mehr sehe, Frau Lauter. Also, weit nach hinten, wie geht's. Dahin. Dann. Dann haben wir den. Nee, war doch wichtig. Den hier auf die andere Seite. Ziehen dich da rüber. Und dann. Gucken wir uns erstmal den Schloss an. Hier hoch. Dann geht's nochmal runter. Ja, das ist... ...dont. Okay, feier daneben. Okay, ich könnte mal eben gucken, ich habe nämlich garantiert was aufgenommen. So, dann von dort aus. So, wenn ich alles richtig gemacht habe. Was grundsätzlich erstmal zu bezweifeln wäre. Ich wollte gerade sagen, da sehe ich doch schon Fehler. Warum hat der denn nichts? Aber natürlich hat der nichts, weil das ist eine komplett andere Produktion. Da kommen ja Computer an. Und es geht bis hier hin. Perfekt. Habe ich damit alles für die, ich habe Gummi drin, ich habe Quarz drin, ich habe KI-Begrenzer drin. Auch wenn die noch nicht hergestellt werden, aber ihr wisst das, kennt das Prinzip. Das ist ja wunderbar. So, dann fehlen uns hier ja jetzt nur noch die Signalisatoren. Da muss ich doch gleich mal wieder nachgucken. Signalisatoren. Wie geht's? Die müssen auch noch auf die Fuel-Units kommen. Die sind unten. Okay. Die Fuel-Units sind unten. Das ist schon mal gut. Da habe ich ja auch schon mal vorbereitet, dass die die Sachen bekommen. Schön. Keine Ahnung, wie ich das jetzt mache, aber egal. Die sind auch wirklich nur 2,6 Meter. 100 Prozent. 60 Prozent. Perfekt. Dann wäre der einfache Vorschlag. Ich lasse dich da rausgehen. Wo kommt das? Äh, ne. Du machst. Gehen. Kommst da dran. Gehst hier runter. So. Damit werden die soweit angeschlossen. Das haben wir vorbereitet. Da muss ich nur gucken, wo was rein sollte. Ich bin mir bei der unteren noch absolut nicht sicher, was ich da mir gedacht habe. Also hier, ja. Das ist irgendwie. Ähm. Da oben, genau. Hier muss noch irgendwas dran. Das ist Bauxite. Ja. Das ist Bauxite. Keine Ahnung, was da hinkommt. Aha. Das wird alles noch lustig. So. Und hier unten. Ja, da habe ich mir noch gar nichts gedacht, weil das ist noch gar nichts angeschlossen. Boah. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Gott sei Dank. Ist es mitten drin. Okay, ich habe mir also noch keine Reihenfolge angeschlossen für die Dinger. Was aber fehlt, ist, dass dieser hier diese Beacons müssen jetzt irgendwie da hinten hin. Mir fehlen Eisenstangen. Wunderbar. Eisenstangen. Oh, wo haben wir dich da drauf? Hier, hier, hier. So. Dann nutzen wir doch direkt. Gut, dass wir hier genau diese Lücke haben. Okay, wir haben das da soweit. Da setzen wir offensichtlich auch nicht den oberen dran, sondern... Sondern... Wir nehmen uns hier den. Und dann machen wir das da. Okay. 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 So, Beacons wären dann mit drin. Und das andere sind die ummantelnden Uranzellen, die von oben kommen. Okay, elektromagnetische Steuerstäbe und Quarzoszillatoren. Die hauen mich ja gerade mal vollkommen raus. Ach du Scheiße. Wo habe ich die denn gerade noch mal reingeleitet? Die kommen aus einer ähnlichen Richtung. Ich muss mal hier nicht in die Kommission rechnen. Die kommen ja alle von hier. Rassistillatoren und zusammengesetzt sind dann der Hüpf dahin. Genau, die gingen in die Funksteuereinheiten rein. Und mussten ausgerechnet da in den letzten reingeleitet werden. Okay, ich habe eine Möglichkeit. Auch wenn ich jetzt mal wieder hin und her rennen muss. Die Zeit nehmen wir uns jetzt mal. Wir werden die heute nicht anschließen, aber wir werden uns das eben angucken. Das sind die Quarzoszillatoren. Äh, das sind die Quarzoszillatoren. Genau. Da werden die gemacht. Ich müsste da, wo sie abgenommen werden. Abgenommen werden sie hier. Ähm. Ich kann mir die dann hier irgendwo ab, zwar irgendwelche Wandelfen jetzt. Die Quarzoszillatoren und die kommen da lang. Und auf die unteren Puppe. Ja, das ist das, was ich noch nicht gemacht habe. 6 braucht Nein. So, das sind meine Quarzozillatoren. Die ich unten brauche. Hier runterfallen oder lang? So. Das sind die. Perfekt, ich setze mir hier schon den drauf. Wunderbar. Zeit nehmen wir uns jetzt noch. Das ist Neujahr, wir haben alle nichts vor. Außer vielleicht Essig liegen. So. Dann. Hier ein Buben. Ungefähr bis dort. Mal. 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 haben wir den drin so was fehlt die elektromagnetische steuerste kommen irgendwo von da oben gehen dann ganz praktisch das ist natürlich auf der gleichen ebene das heißt ich muss das schon ein bisschen wir machen uns jetzt schon mal die gedanken dazu so jetzt nämlich von hier aus hoch hier ist dieser quadrant müsste da sein ach komm leute wir machen das heute noch dann haben wir wenigstens den teil auch fertig brauchen dann bräuchte ich beim nächsten mal wieder gut kennt mich er hofft dann darum unser welchen hermann haben deswegen elektromagnetische steuerstäbe sind noch die etage höher das weiß ich ich weiß nur nicht wenn ich jetzt hier durch die decke gehen so komme ich dann aus dann machen wir das einfach mal habe ich nicht so gut getroffen so ich muss noch so hoch aber hier so gut die steuerstäbe sind da da habe ich nicht alle gesagt habe ich doch schon noch für habe ich hier hierher hierher dahin und okay wir haben den teil komplett fertig es fehlt also ja es fehlt überall noch wasser und es fehlt uns noch bauxit und dann die einzelnen teile die noch so jetzt daraus entstehen das heißt aber wir können jetzt voran gehen ja wo noch nicht angeschlossen ist da schließen wir an ja ich hoffe es hat euch gefallen wenn also wenn das mal so ein abo da glocke nicht vergessen daumen wird großartig und tarz mich riesig drüber und damit macht es gut käfchen tschüss Bis zum nächsten Mal.